Willkommen auf der Seite von Reform Sachsen-Anhalt Region und Identität. Hier auf der rechten Seite findest du den Newsfeed und die aktuelle Anzahl aller User und Projekte. Bei Klick kommst du weiter zur Erklärung dieser Anwendung. Nochmal klicken und es geht los. Hier findest du alle Projekte und News. Du kannst sie drehen, indem du die Maus geklickt hältst. Wenn du mit der Maus über die Kugeln hoverst, siehst du, welche Projekte sich dahinter verbergen. Scrolle, um weiter nach unten zu kommen. Dies ist ein kleines Projekt. Hover über die Sterne und du kannst dir die News von Sachsen-Anhalt anschauen. An der rechten Seite findest du eine Navigationsleiste. Bei der Suche links unten kannst du nach News, Projekten und Kategorien filtern und auch nach bestimmten Tags suchen. Wenn du hier klickst, kommst du ganz nach unten zum Wurzelwerk. Hier siehst du, wer alles am Projekt beteiligt ist und mit wem die Personen noch vernetzt sind. Hinter jedem Punkt verbirgt sich eine Person. Klicke auf Join, um selbst Teil von Sachsen-Anhalt zu werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.